Diese hier zum Kauf angebotene gut gepflegte 3-Zimmer-Etagen-Wohnung befindet sich in Mönchengladbach-Urdenkirchenmitte. Das im Jahr 1975 erbaute Haus verfügt über 8 Etagen. Das Objekt befindet sich in der 6. Etage und wird über eine Zentralheizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 79 Quadratmetern beläuft sich der Kaufpreis dieser Etagenwohnung auf 40.000 Euro. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.